Er war ein Straßenräuber und damals sehr berühmt. Der Räuber war in ein Mädchen verliebt und für gewöhnlich schlich er in ihr Haus und beobachtete sie. Nachts überfiel er Reisende, Hajj-Karawanen. Er raubte ihren Besitz und nahm ihr ganzes Hab und Gut weg. Er war berüchtigt, so dass viele Karawanen ihre Routen änderten, um nur ihn nicht über den Weg zu laufen. Eines Nachts kletterte er die Mauer hoch zu dem Mädchen, das er liebte und schlich ins Haus. Als er das Haus betrat, war jemand gerade dabei, das Nachtgebet zu verrichten. Jemand stand vor Allah, betete alleine in der Nacht und rezitierte die Worte Allahs. Ist es nicht an der Zeit, dass die Herzen der Gläubigen demütig werden vor der Ermahnung Allahs? Ist es nicht an der Zeit? Diese Worte waren ein Schock für ihn. Sie ergriffen sein Herz. Er war innerlich berührt. Das hatte voll ins Herz getroffen. Der Räuber dachte über diese Worte nach und er vergaß, warum er in dieses Haus überhaupt gekommen war. Sein einziger Gedanke war, wahrlich mein Herr, die Zeit ist gekommen. In diesem Augenblick veränderte er sich. Er ging aus dem Haus und lief umher. Er dachte über sein Leben nach. Er dachte über seine Vergangenheit, sein Verhalten, seinen Ruf, über seine Zukunft und die Beziehung zu Allahs. Er lief umher und kam zu einer Gruppe von Leuten, die um ein Feuer herum saßen. Es waren Reisende, Fremde. Er fragte, ob er sich dazusetzen darf. Sie diskutierten gerade darüber, ob sie die Nacht hier verbringen sollten oder die Reise heute noch fortsetzen. Einer von ihnen sagte, wir sollten in der Nacht hier bleiben, wegen des berüchtigten Räubers. Hier treibt er sein Unwesen und wenn wir weiterreisen, könnte er uns irgendwo auflauern und uns überfallen. Lasst uns die Nacht heute hier verbringen und morgen früh reisen wir weiter. Der Name, den sie nannten, der Name des Räubers. Es war sein eigener Name. Da begann der Räuber nachzudenken. Was habe ich getan, dass mich die Leute so sehr fürchten? Was für ein Fluch bin ich nur geworden? Wegen mir haben die Leute Angst um ihr Leben und ihren Besitz. Das brachte ihn erneut dazu, über sein Leben nachzudenken, seine Art zu leben zu hinterfragen. Dann fasste er den Entschluss. Ich werde mich ändern, denn es ist meine Verantwortung und es liegt nicht an jemand anderem, mich zu verändern, mich auf den rechten Pfad zu bringen. Es liegt an mir und wenn ich das nicht tue, wird es nie geschehen und ich werde die Konsequenz ertragen am Tage des Gerichts. Und genau das tat er auch. Er änderte sein Leben und wurde einer der bekanntesten Gelehrten, einer der bekanntesten Abidun in der Geschichte des Islam. Bekannt unter dem Namen Al-Fudayl ibn Iyad. Das ist die Geschichte von Al-Fudayl ibn Iyad. Und bis heute stehen in den Büchern, die unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala behandeln und wie wir uns innerlich reinigen sollten, wie wir bessere Muslime werden, Dutzende seiner Aussagen voller Weisheit. Einst war er ein Räuber, ein berüchtigter Räuber. Was sagt uns das? Es ist unsere Verantwortung, uns zu verändern. Im Leben geht es hauptsächlich um Veränderung. Die ganze Geschichte des Lebens ist ein Prozess der Veränderung. Ein Jahr später wirst du niemals dieselbe Person sein. Du wirst anders sein, du wirst dich verändern. Die Frage ist nur, in welcher Richtung veränderst du dich? Dazu hat Imam Shaferi richtig bemerkt, in dieser Welt gibt es keinen Stillstand. In diesem Leben gibt es keinen Stillstand. Du kannst nicht bleiben, wer du bist. Entweder bewegst du dich vorwärts oder du bewegst dich rückwärts. Also wenn du dich nicht anstrengst, vorwärts zu kommen, wirst du dich rückwärts bewegen und zurückbleiben. Denn wenn du dich nicht veränderst, Shaifan arbeitet Vollzeit daran, dich zu verändern. Das ist sein Sinn des Lebens, seine Lebensaufgabe. Der Shaifan hat sein gesamtes Leben nur einem Ziel gewidmet. Dir, um dich zu zerstören, um sicher zu gehen, dass du im Feuer endest. Wenn du das nicht begreifst, wird er die Oberhand gewinnen. Und du wirst davon getragen, in eine Richtung, die ihm gefällt. Ich wünsche dir, Allah von der Schöpfung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020